Ramp! 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 Wer hat mir die Waffe zugeschmissen. Ob du willst oder nicht du musst diese Waffe nehmen. So angucken. Will ich Disconnect oder was? Gib mal Ramp oder was? Ich hab Disconnect. Kannst du aber joinen oder? Kannst doch rejoinen. Ja, aber... Habt ihr die erste Runde habt ihr nur 4 Leute, das ist nicht gut alter. Oh, die sind außen. Lass mal runter Ramp. Ach, Alter, ich konnte es. Aber wir holen die jetzt weg. Warte, warte, warte. Langsam, langsam. Der hat mir den Headshot gegeben. Gib ihm, gib ihm, gib ihm! Okay, tschau. Ah, der hat mich. Fuck. Fuck, Mann. Granate verkackt. Alter, hätte ich die Granate gekickt, Mann, hätte ich ihn gehabt. Verdammte Axt, Mann. Werf ich die scheiß Granate gegen die scheiß Wandkiste. Gib ihm doch. Ohne Scheiße, Mann. Alter, das war kacke, Mann, grad. Das hätte man anders biegen können, Mann. Das war nicht gut. Das war nicht gut. Nochmal Ramp, oder? Ich hab den Bot jetzt mal hinten gehalten. Jetzt hab ich kein Einkommen wegen Selbstmord. Uwe, die gehen wieder unten, oder? Granate kommt. Nein! Nice, Uwe, nice. Uwe, von unten kommt einer von unten. Ohne Scheiß. Ich bin ganz schön. Ohne Scheiß. Besichtig! Cool, Uwe, cool. Das läuft. Ich muss auch mal Lack haben. Nein! Wack! Super! 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 Ja Jochen, brauchst du was? Die Ramp? Eva Braun, Dutschland über alle! Das sind bestimmt Russen, das können nur Russen sein, Alter! Das können echt nur Russen sein, Mann! Oder Franzosen! Wollte ich gerade sagen, oder Franzosen! Ich denke, wir sind auf dem Silo! Sollen wir raus, oder was? Nein, warte, noch nicht! Von hinten kommt einer bei uns! Ja, das bin ich! Ne, ne, ich meine durch den... ...durch den... ...den... ...den... ...Gang! Sind die denn? Sind die raus, oder A? Ich glaube, Main... ...auf dem Silo und Main... Okay, Uwe, lass raus... ...äh, lass raus! Sehr langsam! Sind A, sind A! Ja, der gleich drehe ich durch, eh! Warte, warte, bisschen... Komm runter! Psch! Ich bin schon da noch, da hinten! Hombus down! Wo denn? Wo denn? B! Einer müsste auch... ...der andere müsste auch schon sein! Nice! GG! Ab wann kauft man sich... ...kauft man seinen Kevlar eigentlich neu? Ab 50? 55? Ja! Wenn du viel Geld hättest, kannst du auch noch... ...das wird sich neu kaufen! Chup chup! Chup chup! Hast du Smoke, oder? Ja! Ja! Okay, die schießen schon! Ja! Ja! Alter, nice! Voll eben der voll verkackt! Da ist einer hinten durch, Uwe! Was heißt der hinten durch? Da! Rechts! Rechts! Ich hab das Feuer verkackt, Mann! Fack hat mich! Ist draußen! Kommt zum Feuer! GG! Ärgerlich! Wo ist der letzte Radio? Oh, Volks, da kommt Feuer! Ja! T-Baggie! Oh, zu spät! Braucht jemand? Nee, ne? Nee, nee, nee! Der P-H-D! Der P-H-D! Ich hab keine Ahnung, was der macht! Ah, nee, der haut was! Okay! Und die Runde müssen wir jetzt wiederholen! Na, das ist zwar scheiße gesagt, aber ich sehe den Sieg vor mir! Außen, außen, außen viel! Sollen wir gleich unten durchgehen? Mike? Geh du mal vor! Ja, okay, ich komm mit! Weil außen nicht noch Bombe! Geh lass hoch, der nehmt die von hinten! Ich geh hoch! Warte, ich flash, warte! Nice, GG! Was? F**k, Alter! Ah, das ist mein Spiel, Alter! Noch nicht der beste! Oder ich hab auch noch keinen MVP-Stern! Aber das ist meine Runde! Alter, Meyer, geh ab 7-0! Ich glaube, ich glaube, das war ganz gut, dass wir die gegen die davor gespielt haben. Das hat ja richtig aufgeregt, Mann. Ja, Mann, Alter. Wenn ich Rage bin, ich besser. Das ist bei mir leider genau andersrum. Wenn ich richtig gut drauf bin und ich nur scheiße mache, dann klappt das bei mir eigentlich ganz gut. Weißt du, wie ich mein? Keiner so ein Dull. Keiner tot, einer unten weh. Der kann euch von Rampe unten pushen. Ja, ich komm. Ich guck unten. Du mal Fenster oben, Uwe. Der ist ein Vent. Hat mich. Scheiße. Down unten. Ja, hab ich. Einer main. Ey, Bombe ist, Bombe ist, achso. Das war gerade eine miese Nummer. Das sah aus wie CT, fand ich. Das ist immer miese. Ja, ich hab gehört, dass der da war, Uwe. Weißt doch, ich bin voll der Pro in dem Spiel. Skill, skill. Wusste, dass der da war. Braucht jemand? Ich hab einfach 14.000, Mann. Kauf allen was, falls ihr braucht. Einfach die Waffe nochmal kaufen, weil du's kannst. So, jetzt hab ich auch endlich mein MVP stehen. Jetzt geht's erst richtig los, Alter. Ja, mir fehlt er noch nicht. Ich hab auch schon einmal, wann hab ich den, Alter. Ja, Uwe, Uwe. Du weißt doch, Mann. Unerwartet, dann, dann, dann passt das. Ich bin jetzt nur noch, nur noch Nuke, Mann. Los, Mann. Na, sobald er nicht durch ist, ist alles okay. Okay, okay, Uwe, okay, Uwe, Bombe liegt außen. Komm, Uwe. Unten, leider. Ja, ja, komm, wir machen das jetzt. Na, Mike ist voll motiviert jetzt. Ich bin jetzt richtig motiviert, Alter. Scheiße auf das Pack-O- Na, jetzt hab ich das Case-Opening-Wer im Kopf. Ey, die Bombe ist weg. Ja, die wird reingehen, ja, wieso sind eigentlich alle außen? Ich bin der Rampe durch. Warte, warte, warte. Tür ist zugegangen, innen. Achte. Gleich oben. Schön. Bombe ist Pommes, glaub ich. Ja. Er ist Lobby oben, Uwe. Ja, sicher, T-Main. Bist du doof? Alles gut. Das ging nur ins Prinzip. Toll, jetzt hab ich nur noch... Warte, der kriegt jetzt von mir einen Beinschuss. Wer war das? Der PAD oder der... Ach, lass doch, Tiss. Nein, nicht beim Spawn, dann kriegst du Bannen eventuell. Oh. Ja, das möchte ich nicht. Dann warte ich, bis der ein paar... Dann warte ich ein bisschen, bis der gelaufen ist. Ja, guck mal, der Flash jetzt, T-Main. Hier, pass auf, der kriegt jetzt einen Beinschuss. Weiß nicht, ob ich ihn getroffen hab. Ne, ich glaub nicht. Nein, hab ich nicht. Uwe, das ist doch unglaublich, oder? Sehr ehrlich. Hast du die Flash geworfen? Ne. Nice. Grenade out. Grenade. Er ist da nur durch. Oh. Nice. Bommel liegt, äh, Ramp. Ja. Bommel. Sag mir, wenn einer kommt. Sonst flashe ich den. Boah, Uwe, Alter. Läuft. Böh. Was ist denn da los mit dir? Warte, wo ist der? Ach, der kriegt immer noch einen Beinschuss von mir, Mann. Das nehm ich dem übel. Der hat mir meinen... Das war doch... Die Runde war vorbei und der knallt dir eine rein und du nimmst ihm das so übel. Ja, der hat meinen Kevlar kaputt gemacht. Uh, uh, uh. Das ist natürlich... Weiß nicht, ich hab nur noch 75. Ach du Scheiße. Kauf doch neu, du hast doch genug Geld geschrieben. Ja, das könnte ich auch machen, aber dann... Dann... Guck mal, der Flash schon wieder Team-Mates. Ja, das ist halt, Bro. Das Bro, kann man nichts machen. So. Der hat einen Beinschuss kassiert. Hat er jetzt davon. Jetzt bin ich... Oh, ich hätte so... Ah, der wurde... Der wurde gekehlt. Jetzt mein Desktop, Alter. Uwe, warum haben wir nicht gesmoked? Weiß nicht. Damit die denken, dass wir nicht da sind. Zu spät. Oh, wenn du mir jetzt einen Beinschuss gibst, wa? Ja, dann hüpf nicht vor mir rum. Push mich mal. Nice. Das passiert, wenn man diesen Rampe... Einer ist Rampe durch, aber ich glaube nicht, dass der Bombe hatte. Das passiert, wenn man einmal nicht aufpasst, wa? Hat euch. Der plantet B. Oh, der ist mit dem Projekt. Boxfick. Ich meine, der ist einer rechts unten in der Ecke. Einer links und einer rechts unten. Ja. Der andere hat laut, der ist da unten drin, ne? Kommentierst du gerade für dich selber? Nice, nice, nice. N1. Cheat. Lol. Es ist immer angenehm, als Hacker bezeichnet zu werden, wenn man kein Hacker ist. Was heißt MGE eigentlich? Master Guardian Elite. Top Lager. Rang auf Smoke. Throw in the grenade. Ach, das meinst du auch mit dem, dass man lernen muss, halt die Leute zu lesen quasi, ne? Hier, dieses Vorausschauen, ne? Das meinst du, Uwe? Ja, gut, ich hab den einen gehört, der war dumm. Der einen, den hab ich gehört. Ey, die sind außen, Uwe. Ey, ist abgehauen, Uwe. Wombeleicht Hilbert. Ja, komm, wir gehen, Uwe, oder? Es ist abgehauen. Wo liegt Bombe? Hilbert bei mir. Oder? Ja. Hilbert ist außen. Ja, ist dieser rote Container. Nicht pushen, nicht pushen, wir kennen ihn. Ach, drei gegen vier, einer Silo oben. T, T. Das ist noch einer, glaub ich. Noch einer hinten. Da geht es T-Wert, da geht T-Wert. Der hat ne AK. Dann zielt er mir den Kill, alter. Dieser Motherfucker. Will, fährt jemand AK? Uwe? Ja, komm, gib her. Ja, komm, gib her. Nice, merci. Irrwobble. Wird ja schon ein paar Headis drücken. Nice. Könnt ihr stop that, please? Du klingst echt immer so extrem lustlos, wa? Ja. Ja. Vor allem, wenn ich gegen Silber 2 von P90 kassiert hab. Ja, P90 ist halt krass. Mh. Was? Du krass. Ja, mein ich, ja. Wenn, nein, verführ ich, also gegen jeden, wenn die auf einer, gegen Silber gespielt hätten. Boah, der war nicht legit. Scheiße, das ist auch nicht legit. Was ist passiert? Ich hab einen durch ne Kiste geholt. In den Kopf rein mit der Ase. Ja, und? Silber, denk, ist das Cheats. Oh, wie soll man mal pushen? Ich nehm' ich mal Blende rein. Nein. Ah lol, wer war das? Ah, Teamate. Smog nicht von uns, oder? Die sind wahrscheinlich oben. Kann ich mir vorstellen. So ist keiner. Was? Auf dem Silo ist keiner. Naja, aber auf dem Haus, ah, die sind spawnen. Gefährlicher zu pushen. Ich push auch nicht. Harte ich eigentlich davon ab. Uwe, nicht! Don't do this! Don't do this! Don't do this! Leute, die hatten noch drei am Leben und die sind alle am Campen gewesen. Kennen sich auch noch gegenseitig, Alter. Lass bei denen. Ich glaube, ich kauf mir einen. Bei dem einen läuft, Alter. Null für elf. Da auch noch den, wo ich mir die Kitsche erschossen hab. Uwe, ich glaube, ich kauf mir einen 5 Euro, äh, M4-Skin. Einfach nur, weil ich es kann. Oder einen mit, oder einen mit Star Trek. Weil ich M4, glaube ich, meistens spiele einfach nur. Am liebsten. Obwohl ich momentan mit AK auch ganz gut bin. Uwe, du darfst dich nicht bewegen. Ich bin auf dir. Nein! Nein! Lass es! Nein! So bin ich voll unmobil. Die kommen gleich wieder rushen uns, Alter. Soll's aber. Ich hab ein Feuer in der Hand. Wir pushen die, Uwe. Ne, lass mal warten. Was ich selber grad gesagt hab, irgendwie. Die campen und underbase. Die warten halt ab. Die Zeit läuft dann ab. Ganz leise. Machen die etwa was? Oh Gott, Uwe, die kommen! Die kommen! Hilfe! Oh Gott! Oh, Flamme, scheiße! Damit hab ich das gelesen. Was, von Lack? Geh runter, geh weg, geh, Def! Geh weg! Nehmen die die AWP! Okay, nehmen sie dir nicht. Die sind auf A, die sind auf A. Äh, B? A. Bomb ist B, Bomb ist B. Aber da renne auch ich auf A rum. Bomb ist aber B. Nein! Fuck! Nein! Nein! Ich bin so ein behindertes... Alter! Der Comeback ist real! Ach, scheiß drauf, Mann. Einer abgegeben. Alter, war mies, Mann. Den hätt ich haben müssen. Scheiße, Mann. Das ist bitter. Eine abgegebene Runde, Mann. Ist so egal. Ja, es geht ums Prinzip. Ach, weißt du, Alter. Da steht er so übelst n' Kacke im Ding rum, alle. Und ich krieg den nicht. Leu. Ich hab' dir fast jemand gemessert. Ich bin grad' auf dir gelandet, Mann. Oh, scheiß, ich wollte da eigentlich nicht flashen. Der Smoken, Mann, ich. Ja, und, äh, der... Oh, Lila läuft einfach durch den Smok, Mann. Ja, selber schuld, Alter. Ich schieb zur Rampe. Was ist? Oh, ist nicht offen, ich schieb zur Rampe. Ich denk' die gehen A oder A. Oh, Uwe. GG. Du hast mich voll geflasht. Ja, Mann, das war nicht geplant. Ich bin auf A, aber es ist malig, wenn er A wird. Uwe, die machen doch gerade Action. Da drinnen. A, A wahrscheinlich. Gernade. Soll ich mal helfen gehen oder was? Ich kann helfen, aber... Oh, ne, da ist noch einer. Ah. Oh, nice. Oh, Uwe wurde angesniped. Von wo? Oh, Alter, von geradeaus. Okay. Zwei Leute. Granate. Alter. War die zweite, die ich abkriege. Der ist drin. Hab einen. Oh, fuck. Alter, ich kann nicht sprayen, Alter. Der ist ums Eck, rechts. Naja, warte. Ah, die Bombe. Nice. Sauber. Alter, ey. Das sind eigentlich so Kills, wo ich sag, okay, die müssten 100% da sein, Mann. Versteh ich nicht. Ich muss so ein bisschen Feingefühl bekommen. Kommt noch. Keine Angst, ich kann auch nicht sprayen. Na, ich bin wieder auf dir geländigt. Ja, ich hab dich extra weggeklickt. Nicht, nicht smoke, nicht smoke. Bordel, flashbar. Mal ein Dämpferwrench schmeißen. Ist einer, ist einer. Ist abgehauen. Der hat, der hat gesehen. Oh, shit, aber zurück. Boah, die Nate kam richtig geil. Oh, lol. Wo wurde ich meine Awe? Wenn du willst. Moosbombe bei A. Keine Ahnung, ich weiß nicht mehr. Nice. Ihr seid die letzten beiden. Gegen zwei andere. Und Bombe liegt. Nice. Bombe liegt A wahrscheinlich. Ich denke auch. Er könnte Heaven sein. Gehe ich nicht. Ah, nice. Wie, Uwe. Nimm die AK, nimm die AK, nimm die AK. Mann, ich wollte deine Awe noch... Ah! Nimm die! Wenigstens einfach irgendein anderer... Soll ich Auto? Autosniper, ne, ich hole keine Autosniper, wenn die die dann nachher kriegen. Ladidadidau, ladidadidau. Nichts mal, Uwe. Aber ein Verfehlter nach außen. Ist der durch? Ah, ne, ist ja noch nicht. Ach, das hat mich gesehen, Madik. Nach außen oder A außen, ne? Keiner ist auf jeden Fall T. Äh, T-Wett. Oh mein Gott, alter. Uwe, verschieb, Uwe, verschieb mal, verschieb mal, Uwe. Ich pass hier auf. Ah, ne, das ist soweit. Mach der eine mal durch. Guck mal, da hinten lauert noch einen außen. Keine Ahnung, könnte auf A sein, einer. Kann ich mal Heaven gehen? Geh mal Heaven. Keiner auf A, glaube ich. Keiner, aber nicht safe. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, die können auf Rampe gehen. Halten lieber Rampe. Okay. Das ist aber A. Das ist noch. Ah, 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 ah. Ich glaube, es ist auch neben dem Schacht noch. Oder? Weiß nicht. Er ist weggelaufen. Keine Ahnung. Er könnte jetzt außen rotieren. Oh, Uwe. Der, 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 der ist auf den Spot. Ich laufe, Uwe. Ja, Mann. Hätte ich nicht mehr an den Druck. In dem Moment, du hast keine Genauigkeit. Druck dich einfach kurz und dann fang an zu schießen. Ja. Jetzt müssen wir aber abgehen. Müssen wir genauso. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Ich will das drehen. Ich will das drehen. Das ist, das ist hart. Was macht ihr? Okay, wohin. Äh, Rampe. Rampe pushen. Wir dürfen die erste Runde nicht verkacken. Ey, ich höre. Äh, Joppe. Ja, ja, ja. Das hat mein Kollege zu schreiben. Alles cool, Alter. Wir haben 13 Runden. Wir brauchen uns locker. Ruwe kommt zurück auf A. Geht es nach Runden? Oder wie ist es? Oh, schön. Was hier? Aha. Mit dem Flow, Alter. Wo? Hä, wenn... Ne, unten. Alter, ich bin zu behindert. Pommes. Ah, für sowas kann ich mich schon wieder an die reinklatschen. Ja, nice. Lol, da war der Gegner aber extrem scheiße. Ja, den hätte ich gerade schon ein bisschen ein. Damit ich den auch abkommst. Wir kaufen, oder? Ich habe mir die Runde geholt, ja. Pro 90 oder Bison. In den Bison. UMP. Ich habe dafür 21 Euro quasi ausgegeben. Die muss ich jetzt mal benutzen. Läuft. Wieder pushen, oder was? Rampe. Ne, lass mal Pommes. Pommes pushen. Der Bombe. Wie pusht man Pommes? Einfach weinen. Oben ist einer in der Ecke. Jawohl, 25 Bomben geplantet. Was ist der Letzter bei euch? Den werdet ihr wohl machen. Terroristen gewinnen. So, Bombe. Jetzt, äh, jetzt gehen wir nach außen. Außen. Außen pushen auf Ramp. Und dann B legen. Das klingt wie ein Plan. Hätte ich gerne als 15-0 gehabt, Mann. Oder 16-0 halt. Was denn? Ich hab keinen zum Gegner geschrieben. Da 0 zu 17, at least, wie du erhielst. Schon dreist, Mann. Oh, scheiße, Uwe. Hm? Meinst du, jetzt habe ich aufgenommen? Nein. Nein. Lauf bei dir. Wie toxisch. Besser als Bord. Nein, Fenster. Ich schaffe einen Grenade. Oh, ich bin down. Oh Gott. Bye, bye. Lass wenigstens die Ex-Personen kommen sehen. Und dann krieg ich nicht meine Kiste. Na, GG. Meier kriegt Hans-Mann-Waffenkiste. Ist denn da los? 018, naja, at least die zweite. Zwei Assists. Drei Punkte. Zwei Wettkampfsieger. Gewinnen sie sieben weitere um ihres Geld. Oh, man.